So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren reißen... Was, in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Mams Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfallen und das holen. Du meinst still? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Ja, hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Oh yeah. Oh yeah. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer Transack am Mic. Und jetzt geht das hier richtig ab. Schöne Gefängnisschlickerei. Por favor. Conchita, ich mach dir platt hier. Jetzt gibt's auf die Fresse, Conchita. Okay. Zu viel Ministrone gegessen. Wow, mein Lieber. Oh, schön mit zwei Mann, ja. Wow, 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 wow. Bist du blöd oder was? Ich hau dir auf deine Vier. Wow, 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 mein Lieber. So nicht. Lasst mich los. Valuna Paliza. Ja basta. So, jetzt kommen wir. Ja basta, Idiotas. Trätenme. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich will maten, Rigo, come mierda. Punto. Tres puntos. Lade den Blatt auf, mein Lieber. Tres puntos. Ja, hallo. Du estás esperando aquí, eh? Das sag ich Alice, deine Mama. So, wir sind hier jetzt im Gefängnis. Ist wieder ein kleiner Zeitsprung hier. Wir sind wieder erwachsen. Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Gracias. Ja, willkommen nochmal zur neuen Folge Uncharted 4. Ich hoffe, das Let's Play schmeckt euch und gefällt euch. Und ihr habt ordentlich Likes da gelassen. Wenn ihr noch Anregungen oder irgendwelche, ja, Ideen habt, dann könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben. Steh auf. Wenn euch zum Beispiel die Kommentare unten, äh, die, die... Hey, hey, hey. Schon gut. Langsam. Mal gucken, was er sagt hier. Die Untertitel nerven, dann schreibt es einfach rein. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man das lesen kann. Okay, ein hellischer Ort. Pendejo. Tres Puntos. Ich gehöre zu den Tres Puntos. Morgen, Jungs. Oder Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Oye, Idiota. Die Treppe rauf. Was für eine Grafik, ne? Also da hat Naughty Dog wieder ganze Arbeit geleistet. Ich fühle mich so ein bisschen, ja, manchmal wie in, äh... The Last of Us. Hey, Gringo, willst du noch was auf die Fiere oder was? Du, Tortilla-Fressa, du. Tres Puntos. Wir können leider nicht schneller laufen. Ah, jetzt geht's ein bisschen besser. Fällt das Gefängnis und die Gefängnisszene eigentlich ganz cool hier. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen an. Mal was anderes. Lachst du dann so dämlich, du Puntos. Oh, da wird auch gerade jemand zurecht gestaucht. Ja, ganz toller Hecht bist du. Ein gefesselten Vogel mit deiner Blöden. Am liebsten würde ich den weiter auf den Backen kloppen, da. Ganz toller Hecht. Das siehst du schon, ja. Wo müssen wir denn lang hier? Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Dann schließ auf. Du Sack. Nach dir? Gerne. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Ey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. La Rattas! Ja, schon klar. Da geht's nicht lang. Kann ja nur hier lang gehen. Da durch. Da durch. Hier durch? Au! Da wären wir. Okay. Okay. Nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas. Du solltest uns nur rein und raus bringen, mehr nicht? Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht erfahren. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig. Das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla, bla, bla. Ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden? Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay. Hör zu. Lass mich da rauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rave ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Por favor. Wie willst du überhaupt da rauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Oh mein Gott. Ja. Hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Ähm. Bei den Kisten. Klasse. Danke. So. Los geht's. Huhuhuhu. Hm. Da kommt er nicht hoch. Ah, hier ist es richtig. Na bitte. Kinderspiel. Okay. Kinderspiel. Klar. Alles ein Kinderspiel hier. Gib mal her die. Bingo. Und weiter geht's. Das Equipment hier. So. Und noch was? Da ist auch nichts mehr drin, ne. Ach, guckt euch mal die Vegetation an mir. Wie genial das einfach nur. Das ist viel zu schade, um da einfach so durchzurauschen. Okay, damit wird es klappen. Damit wird es klappen. Aha. Was auch immer. Äh. Ich muss bestimmt hier irgendwo hoch, ne? Ach, da? Äh. Ach, da hoch. Okay. Damit sind wir scheinbar hoch. Okay. Oh, das ist der Burner. Das ist der Burner. Guckt euch das an. Ei, 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 ei. Kann man doch bestimmt auch irgendwo... Kann ich hier nicht irgendwo einen Screenshot machen? Lass uns hochspringen. L3. Ich würde gerne mal einen Screenshot machen, aber das kann man auch nächstes Mal ausprobieren. So. Ach, hat ja schon geklappt. Okay. Joka Palme. Wow. Wie geil ist das? Ah, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig hier. Und... Nein! Oh! 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 War das knapp. Wuh! Wuh! Ah, hier werde ich bestimmt ein paar Mal abstürzen, glaube ich. Oh, das hat er geschafft. Das ist ja der... Das ist ja der Burner. Oh, wie kann ich da denn jetzt rüber... Oh, cool, cool, cool. Und hier sind die Vorsprünge, scheinbar. Oh ja, oh ja, oh ja. Da ist noch ein Holz. Oh, das war ja klar. Wo soll ich mich jetzt festhalten? Mann, witzig. Da ist ja nichts mehr. Okay. Ach, ich kann hier hoch, alles klar. Okay, okay. Ich habe, ich habe... Oh, ist das einfach genial. Ja, guckt euch das mal an. Oh, mein Gott. Wie schön das ist. Da haben sich ein paar Leute, ein paar mehr Leute richtig Mühe gegeben. Ich kann mal eben kurz schauen. Schätze, Statistik, Spiel speichern. Irgendwo muss ich noch mal... Optionen. Kamera, Steuerung. Irgendwo kann man doch hier einen Screenshot machen. Egal. Okay. Ich kriege da schon noch raus. Das heißt, ich muss, während ich nach unten rutsche... Nein! Die Speicherpunkte sind ja absolut geil hier. Das muss ich ja sagen. Okay, wir versuchen es noch mal. Vorsichtig runterrutschen. Ja, 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 ja. Das hat geklappt.